Und wieder? Wieso? Okay. 60 Prozent. Okay. Deswegen mache ich halt über Nvidia. Weil sonst Wie lange hast du denn jetzt aufgenommen? Ist doch egal. Kann doch maximal nur eine Stunde sein oder so. Dauert halt beim Hochladen ein bisschen länger. Nee, deswegen ist doch kein Beinbruch. Alles schick. Alles schick. So. Wir brauchen... Nee, das war kein Argentavis. Das ist auch kein Gebiet für die... Uhhh, hier ist ein grünes Pferd. Was ist denn hier los? Äh, nur da wo du grad warst. Nur in die andere Richtung. Naja, ich bin da auch grad wieder. Achso, na gut. Dann komm ich da hin. Da ist der. Das ist ein Dingsbums. Ziemlich bunt, aber... Hm, komm nicht so schlecht. 95er. Ich versuche jetzt mal hier diesen Terrano dann zu fangen. 6. Achso. Schick. 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 Das war's für heute. das muss man anders machen das war jetzt strategisch wie baust du keine steine ab netter bist du überladen da musst du aufpassen oder du musst halt auf ding skillen das ist ein agentavis da musst du auf gewichtsskill ich habe nur vier betrückungspfeile das ist kreuzgefährlich was macht denn der agentavis was ist denn das für ein viel das ist ein geiler schick 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 so ich jetzt nicht fleisch einstecken habe ich nicht also brauche ich erstmal fleisch ok jetzt ist hier kein dingsvogel mehr außer der da dieser komische geier komm mal richtung wasserfall bist du noch da ich bin in den felsen runtergefallen aber alles gut ich lebe noch du stehst im wasserfall ich bin jetzt beim wasserfall ich sehe dich nicht ja das habe ich mit ich gehe mal hier runter ins wässerchen runterwärts richtung strand da ist nix da ist nix ich bin ja immer noch das suchen nach so einem flugvieh naja ich weiß nicht ob man den ist das jetzt für mich sieht das aus wie ein geiler der kreiselt ja hier schon eine ganze weile toll komm ich nicht hoch dann kommt man nicht hoch nur wenn ich den jetzt anpickse ist der natürlich mega pissig ne ja vier könnte sein dass es könnte sein dass sie reichen es kann sein dass sie nicht reichen auch mensch jetzt muss es ne woher wenn ne hier nicht da müssen wir in die berge das teil findest du in den bergen ne wie komme ich jetzt an diesen duschelchen vogel ran drüber springen schaffe ich nicht wen hast du getötet ein guuu achso das ist n fisch achso das ist ein fisch wie kommen wir an diesen schess geiler ran also der ist irgendwie sehr orts treu ah da vorne geht es hoch, nur dann auf zum fröhlichen sterben mich würde es einfach mal interessieren ob man dieses Ding reiten, fliegen kann, keine ahnung theoretisch ja aber man muss erst mal rankommen, das Vieh von dir aus geht es glaube ich auch nicht, ne man, wieso, du kommst nicht von diesem Dusselberg drauf hier ne was bist du, das ist doch ein... also ich habe zwar jetzt eine Reihe nicht gezockt, das Spiel, aber das ist doch nie im Leben ein Argentavis ja ja, aber ich komme nicht ran ich komme da oben nicht hin, wo der rumfliegt ja, aber davon, da kann ich nicht schießen, denke ich ah, ich bin oben, ich bin oben, wuhu oh fuck, das ist ein Argentavis oh, 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 oh gut, äh, sollte ich sterben wir sind ja nicht weit weg von zu Hause jetzt ist ein pissiger Argentavis oh, ouch au da, uh, da ist es, da, ich kriege ihn nicht betäubt ich kriege ihn nicht betäubt, ich kriege ihn nicht betäubt ich kann nicht nachladen, ich kann nicht nachladen, weil er mich fressen will ich will aber nachladen wie lebe ich noch, äh, wie lebe ich ich verstecke mich jetzt hier nein ich schubs mich doch nicht vor den Felsen ich muss jetzt fix nachladen ich bekomme was wolle, ich muss irgendwie nachladen oh, 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 das bekommt mir gar nicht, der Vogel bekommt mir überhaupt nicht hui, nein, nicht gut er tötet mich ich bin gleich tot Wasser, schnell ins Wasser ich kann nicht ich bin tot Vogel war zu pissig shit, shit, Frau Schmidt alles gut wir haben ja Gott sei Dank ein Bett gebaut alles schick ähm, wir sind nach da gefahren Scheibenhonig naja der erste tot also vier Betäubungspfeile, ein Akatavis sind eine ganz schlechte Kombi ich hätte gedacht sie reichen, aber zurück naja, der wird immer noch pieselig sein oder hat sich jetzt verpackt, was natürlich praktisch wäre, weil... da können wir ja mal noch draufhauen du hast ja auch ne 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 armenbrust wieso? echt? nicht wo die eigentlich gar nicht sooo schlecht sind du musst dich natürlich erst spannen, ne? also die Finger so gespannt halten und dann... und dann spart die Pfeile dann spart die Pfeile also wenn du eh nicht triffst, dann schade drum shit, ich hätte den... ich hätte... verdammt, ich hab'n Fehler gemacht ich hätte den nebola um Wands taunen sollen ähm... da kannst du den ähm... wie? tot oder betäubt? achso, schonmal was ich bin auch gleich da müssen wir mal kurz gucken, wo ich äh... abgenippelt bin achso, hier komm ich wieder nicht hin neiii der hat mich ja runtergeschubst irgendwie aber ich bin runtergesprungen ins Wasser so rum war's hm 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 ähhhh überleb ich das oder überleb ich das nicht? ich überlebe's ha, geil ähm, tot, oder? hm, miss Hmm, schade drum. Hmm, da gibt es noch mehr. Oh, es wird düster, es wird Nacht. Also gut, dann andere Missionen, Fleisch sammeln, vergammeln lassen, wir brauchen Betötungswein. Unbedeckt. Okay, hm, wer weiß, wer weiß. Ei, ei, ei. So, ich bin gleich wieder da, ich muss mal ganz kurz ruhig. Ja, gut, die Minute schenke ich mir jetzt, weil sonst passiert ein Unglück. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.